Also zumindest kann ich den nicht lesen. Ich bin dann immer so ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. So. Jammel. Oh, Weihnachtslieder. Toll, ja. Und noch zweimal joggen gehen, dann ist Weihnachten. Merkt euch das. Könnt ihr mal langsam wieder über Geschenke nachdenken. Zum Beispiel... Wie wär's mal mit nem richtigen Riesenhaufen Dino-Code? Gut. Ich glaub, da freut sich jeder drüber, oder? Zumindest nicht mit diesem Code-Fetischismus. Die freuen sich bestimmt drüber. Die würden sich quasi reinlegen. Ekelig. Einfach nur ekelhaft. Erstmal was trinken. Ja, das ist von Sirius her. Ja, schon. Das stimmt allerdings. Wie gesagt, bei Gronkh ist das... Ich guck Gronkh gerne. Ja, ich guck auch die Gronkh-Streams, wenn ich denn nicht gerade arbeite. Und ich arbeite nie. Haha. Nein, aber... Ich kann den Chat halt einfach nicht lesen. Ich bin überfordert mit der Geschwindigkeit des Chats. Was, Igitt. Super. Oder nicht? Warum hab ich jetzt das Feuer ausgemacht? Bin schon wieder verwirrt. Da schreiben drei Leute in den Chat. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation. So, aber... Wir können jetzt, glaub ich... Ja. Oder auch nicht. Wo ist denn das Zement? Hab ich nicht Zement gemacht? Habe ich das noch nicht reingetan? Zement. Zement da. Ach. Wieso denn? Wo... Wo ist denn das Spark-Powder hin? Ach man, ich bin... Das sind mal ausgefallene Weihnachtsgeschenke. Ich mein, wer hat denn... Sowas hat bestimmt noch nie irgendjemand bekommen. Oder... Ich weiß nicht, vielleicht schon. Ich mein, es gibt ja auch so einen Typen, der verkauft Elefanten-Code für jede Menge Geld und... Wir sind level up. Und freut sich denn darüber, weil das die Leute kaufen, um anderen Leuten... Naja, einfach mal ein Paket Scheiße zu schenken. Ich mein, es ist vielleicht ein bisschen eigenartig, aber... Gut, nee, das ist eine Geldmasche. Er verkauft das für viel Geld. Ich weiß zwar nicht, wer sowas kauft, aber... Ich kann so viel Werbung in meinem YouTube-Kanal machen, wie du willst. Ich hab da überhaupt kein Problem mit. Solange das alles freundlich geschrieben ist, kann man auch... Äh, kann man auch... Ich bin überfordert, Hilfe! So. Ja, wir haben uns definitiv unseren Blick nach draußen auf unsere Scheiße-Fabrik versperrt. Schade vielleicht, aber... So, ich bin jetzt erstmal... Warte. Nein, nah, Kampf nicht. Hilfe. Waffen. Mund aufsetzt, Primi. Wo zur Hölle kann ich die... Den scheiß Flammenwerfer machen? Wo kann ich den blöden Flammenwerfer herstellen? Verdammt. Ich will den Flammenwerfer haben. Ich will den Flammenwerfer. Warum kann ich das nicht? Steht da irgendwo, wo ich den herstellen kann? Weiß das irgendjemand? Hat irgendjemand die Mod mit dem Flammenwerfer? Ich will den Flammenwerfer bauen. Oder verwirrt sein. Kann ich auch. So, flammiger Werfer. Flammenwerfer, Flammen... So, da. Advanced-Smithy. Ich hab keine Advanced-Smithy. Ach, Mann, oh... Ach Gott, ey. Jetzt muss ich noch eine Advanced-Smithy haben. Kann ich ja nicht wissen. Steht da zwar, aber kann ich ja nicht wissen. Okay, Metall. Natürlich. Warum auch nicht? Schade. Aber ich hab's jetzt herausgefunden. Ich... Ich sehr schlau. Ich schlau. Feuerwarm. Ähm. Öl haben wir noch. Jede Menge. Ist das jetzt schon wieder für eine Tröte-Musik? Ah, ja. Sims. Na toll. Ja. Hat mir meine Frau reingemacht, weil sie es lustig findet, mich mit Sims zu ärgern. Lederholz. Kannst mich ja mitnehmen. Kannst nicht auf Handy gucken und dann... Dann stellst du das auf richtig laut, hast es in deiner Tasche und dann hörst du mich eigentlich die ganze Zeit nur quatschen und die Leute gucken dich doof an. Das wäre eigentlich super. Kannst du noch sagen. Der Typ ist super. Er müsste ihn mal besuchen gehen oder so. Machst du ein bisschen Werbung für mich. Das wäre... Auf jeden Fall eigenartig. Wenn da irgendjemand... Oder irgendjemand so rumläuft. So. Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Ich habe jetzt schon wieder an Essen gedacht, weil Penny in dem Raum war. Ich bin immer nett. Habt ihr mich jemals schon mal nicht nett erlebt? Ich glaube nämlich nicht. Ich bin nämlich von Natur aus ein sehr umgänglicher Mensch. Oh, da muss ich selbst lachen. Das ist schon ein bisschen bitter, dass ich da selbst lachen muss. Was wollte ich denn jetzt? Holz. Genau. Ich kann mich erinnern. Ich würde die niemals schlagen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Knuddel, knuddel, knuddel. So. Schön. Hast schon so einen Ruf weg. Das ist... Habe ich kein Holz mehr? Ne, Holz hatte die da hinten. Ich traue mich gar nicht mehr hinzugehen. Aber... Ich musste in eine große Stadt ziehen. Das sind alle bekloppt. In einem kleinen Dorf fällt man eher auf, wenn man... Das war zärtlich gestreichelt. Das war doch nicht geschlagen. Das war einfach nur zärtlich gestreichelt. Das hat... Das hat ihr gefallen. Hat man doch gehört. Sie hat mich richtig angebrummt. Kann ich ja nichts dafür, wenn das dem Zimtsternchen gefällt. Leder. Natürlich Leder. Ich werde hier noch eine Ledermaske für den herstellen. Habe ich kein Leder? Nein, sag mir nicht. Ich habe kein Leder. Nein, 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 nein. Ich will jetzt nicht auf Lederjagd gehen. Okay, Leder. Oh, ich habe sogar noch Leder. Langt aber nicht, ne? Natürlich langt es nicht. Okay. Wir müssten erst mal wieder ein paar andere Dinos essen. Dafür schnappen wir uns Diablo und... Verdammt! Ich bin überfüllt. Diablo kann sich nicht bewegen. Ich bin... Ich laufe immer gegen eine Tür. Ich schmeiße das jetzt erstmal hier alles in die Smithy. So, das, das, das. Wollte ich nicht eigentlich Dino-Babys herstellen? Ja, auch noch später. Jetzt will ich gerade erstmal Flammenwerfer machen, damit ich auch die Dinos-Babys wärmlichst empfangen kann. Deswegen... Und hier geht's lang. So. Wir könnten jetzt ja natürlich den Bronto angreifen, aber der ist schon weg. Ich hätte den... Ich hätte den natürlich sofort besiegt, aber jetzt ist er so weit weg, dass... Ja, der da hinten darf er leben. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so einer. Ich schlag ja keine Dinos oder so. Ich bin ja immer ganz zärtlich. So, die... Den da könnten wir doch mal angreifen. So. Besten in die Seite. So. Lauf, lauf! Hahaha. So. Axt oder nicht Axt? Scheiße. Ich glaub, das war richtig, oder? Ja, ich glaub, das war richtig. Oder? Ich weiß, ich kann mir nie merken, was... Was Hyde gibt. Gibt die Axt oder die Spitzhacke Hyde? Ich kann mir das einfach nicht merken. Ich bin immer so... So verwirrt. Ich weiß auch nicht. Das sagt mein Therapeut auch immer. Du bist viel zu verwirrt, mein Jung. Wie Legendären, hat er auch mal gesagt, aber es hat mich ein bisschen... Nein, Kompis, geht weg! Geht weg, Kompis! Geht weg! Geht... Nein, Kompis. Ich mag keine Kompis. Kompis sind scheiße. Jurassic Park. Äh... Lost World. Äh, Verlorene Welt. Äh, mag ich keine Kompis mehr. Die haben nämlich das kleine Mädchen gegessen. Das weiß ich genau. So, scheinbar... Ich weiß nicht was. Aber jetzt haben wir sogar noch Fleisch. Super. Und genügend Läder. So. Hüppf. Stylisch. Es war auf jeden Fall sehr... Na gut, weiß ich Bescheid. Pike? Das heißt Spitzhacke. So. Diddling. Oh ja, wir hatten auf jeden Fall kein Fleisch. Man sieht es. So, das kommt alles jetzt erstmal in den Fleischgefrierschrank. Leder haben wir. Gut. Mache ich jetzt... Ich hoffe auf der Advanced Missy kann ich auch... Also ich wollte jetzt die hier weg machen und eine normale, äh, dann die Advanced Missy da herstellen. Hinstellen. Ich hoffe, das klappt. Nicht, dass er nachher meckert, dass er sagt, äh, nee, Advanced Missy, da kann ich nichts anderes drauf machen. Äh, Abreißen. 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 Kann ich mich jetzt wieder bewegen. Bist du einig, oder? Ja. So, hier ist doch bestimmt noch Metall drinne. Ja, passt. Vor mir das Fleisch alles weggammelt und das nachher so aussieht, schmeiß ich das mal ganz schnell hier rein. Brauche ich aber noch ein bisschen Spark Powder. Was ich nirgends wo mehr habe, ist klasse. Ich brauche unbedingt Spark Powder. Ich muss ja auch noch Flins und Stone, oder was? Ah, Manno. Habe ich noch irgendwie Flins irgendwo rumflinsen? Na, so gut. So unfassbar. Ich habe sogar noch ein paar. Das muss ich nur noch Stein irgendwo haben. Habe ich noch irgendwo Stein rumflinsen? Hier vielleicht. Ah, hab ich selbst dabei. Okay, alles klar. 20. 20, 20 Land. Genau. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das Holz. Ach, Mann. So, jetzt. Jetzt können wir es endlich herstellen. Kannst du mal auf den Rückwärtszug? Okay. So, jetzt muss ich nur das exakt so hinsetzen, dass das geil aussieht. Ist nicht leicht. Ist nicht leicht. Müsste gerade sein. Hier sieht auf jeden Fall sehr advancedig aus. Natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. 90 Metall. Super. Ich habe nichts anderes erwartet. Wir brauchen auch die normale Smissie zu dieser Advanced Smissie. Warum kann ich nicht? Warum geht das nicht? Mann, das ist unlogisch. Man, das ist unlogisch. Warum ist in diesem Spiel keine Logik? Na gut. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was wir für einen Flammenwerfer oder was wir für einen Flammenwerfer brauchen. Hä? So rum? Munition. Dafür brauchen wir Benzin. Öl und Leder. Genau. So, Schusswaffe. Also, 10 von dem. 90 Metallbarren. Das kriegen wir hin, wenn ich nur richtig brate. Dann gehen wir jetzt gleich erstmal ein bisschen Spark Powder herstellen. Aber wir machen das erstmal so, damit das hier auch weiter... Natürlich, wieder verwirrt. Wer hätte was anderes erwartet? Natürlich. Essen. Wer hätte was anderes erwartet? So rum. So, Leute. So wird ein Schuh draus. Dann hält das wenigstens auch länger. So, zwei Food habe ich ja hier. Dann kann ich das mir auch noch gleich reinstopfen. Dam, dam, dam. Lecker, super. So, ansonsten... iPad craften. Bist du schon wieder davon einkaufen? Wohnst du im Penny? Ist super. Ich meine, ich freue mich, dass du da bist. Natürlich. Aber das ging jetzt echt schnell. Das waren jetzt 10 Minuten. Kannst du dich nicht trennen? Ja, ich weiß. Ich bin ein Suchtfaktor. Nein, ich bin nicht... Ich halte nicht so viel von mir. Wie kommt ihr da drauf? So. Warum soll ich mir auch ein iPad craften? Was soll ich denn mit einem iPad hier? Ich habe Dinos. Die iPaden mich genug. So, Metall, Spark Powder, Stein. Nehmen wir nochmal wieder die Scheiße mit. Nein, kannst du ja ruhig zuschauen. Ist ja kein Problem. Hast meine Erlaubnis. Darfst zuschauen. Ne, ich scheiß auf die Eier. Wie gesagt, das Beste ist, wenn du mich dann einfach mitnimmst. Ja, aber wenn denn mit Facecam. Layers of Fear ist nämlich mega geil. Also wirklich, das ist... Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Werde ich mir... Muss ich mir dann ja wohl auch leider bei dir angucken. Weil... Naja, Mädchen. Erschrecken. Kreischend. Wein, Wein. Heißt du? Das muss ich mir halt eingucken. So. Definitiv. So, ähm... Ich bin... Ich laufe hier schon wieder einfach nur verpeilt rum. Das ist unfassbar. Ihr lenkt mich alle ab. Alle. Besonders du. Du lenkst mich ab mit deiner rosa Farbe. Doch. Glaub mir. Mit Facecam ist es viel besser.